Jetzt hier bei der Eintracht, das kann man natürlich nicht vergleichen mit dem, was vielleicht im nächsten Jahr mich erwartet. Aber das ist jetzt auch noch weit weg. Ich will das Momentum genießen und es ist schön, wenn man als Außenseiter irgendwo hingeht und dann die Spieler auch gewinnt. Ich habe es gestern gesagt, vielleicht werden die Nobelpreisträger oder diejenigen, die das entscheiden, vielleicht noch einen für die Frankfurter Eintracht vorschlagen, dass wir vielleicht auch mal einen bekommen, weil zweimal ins Endspiel zu kommen mit Eintracht ist schon, wann war das letzte Mal? 75, 74, 75. Da erinnern sich nur wenige dran. Ich persönlich habe es auch genossen, ja klar, jetzt unabhängig von dem, was in den letzten Wochen war oder in den letzten Wochen, in den letzten Tagen. Ich glaube, dass wir hier eine tolle Zeit hatten bisher und diese Zeit wird auch in den nächsten vier beziehungsweise fünf Wochen genauso schön sein. Und ich lasse mir das auch nicht nehmen von niemandem, denn ich weiß, was ich hier erlebt habe, was ich hier jedem Einzelnen zu verdanken habe und was ich letztendlich auch dazu beigetragen habe, dass dieser Klub ein bisschen nach oben gekommen ist. Der Kevin hat schon einen richtigen Schlag abbekommen, sonst wäre er nicht raus. Ich hoffe, dass er es trotzdem schafft bis zum Samstag, denn er ist im Moment nur Kurzarbeiter. Von daher hoffe ich, dass er dann mal über 90 Minuten auflaufen kann. Alle anderen werden wir schauen, aber wir haben noch gute Jungs in der Hinterhand.